Der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da. Grüezi, grüezi, grüezi miteinander. Liebe Mädchen, liebe Buben, liebe Kinder und Kindsköpfe. Liebe Hunde, Büsse, Kanarienvögel, Wellensittich, Goldfisch und Meersäule und alles was sonst noch zuhört. Euer Kasper heisst euch recht herzlich willkommen im Kasperli Theater. Sind ihr überhaupt nicht da? Ja? Sicher? So ist recht. So gefällt es mir. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass es euch auch gefällt. Ist ja besser, es gefällt einem das Kasperli Theater, als dass mir auf die Nase fällt, gellet? Das tut einem nämlich gar nicht gut, wenn man sein Schmöckscheidli anschlägt. So, und jetzt wollen wir aber loszittern. Und zwar gehört ihr heute das Fröhlichspiel, was heisst von Prinzessli Finöckiri. In dem Stück machen mit den König Spazifizotl, seine Tochter Prinzessli Cornelia, sein Sohn den Prinz Urs, dann den Hof Gutscher Geislezwick und noch eine Hofdamen Schnederi. Und wer ist auch noch dabei, wer? Hampert Staudli euer Kasper. Und jetzt geht's los und schon fängt's an. Dra, dra, dra la la.